Das System zur Verkehrszeichenerkennung im 500X erkennt die gängigen Verkehrszeichen und zeigt die betreffenden Icons auf der Instrumententafel an. Folgende Verkehrszeichentypen werden erkannt. Tempolimits, Überholverbote, Zeichen, die vorhergehende Verbote aufheben. Das System erkennt die Zeichen anhand einer frontal an der Windschutzscheibe montierten Videokamera. Das System ist auch imstande andere Verkehrszeichen zu erkennen, die dann im entsprechenden Displaybereich der Instrumententafel angezeigt werden. Nebel, wenn die vorderen bzw. hinteren Nebelscheinwerfer angeschaltet sind. Schnee bei Aussentemperaturen plus minus drei Grad Celsius und eingeschalteten Scheibenwischern. Regen bei angeschaltetem Scheibenwischer. Das An- bzw. Ausschalten des Systems erfolgt über das Menü des Uconnect 7-Systems oder bei Verwendung von mit Uconnect Radio ausgestatteten Versionen über die Instrumententafel. Den Systemstatus kann man auf dem Display der Instrumententafel im Bereich Driver Assist ablesen. Dieses System wird mit jedem Anlassen des Motors aktiviert. Vorteile für den Kunden. Das System unterstützt den Fahrer bei der Erkennung der wichtigen Verkehrszeichen und zeigt diese auf dem digitalen Display der Instrumententafel an.